Hola, was geht, was geht, was geht, ein neues Video und heute endlich ein neuer Song von Ad Hey Papi mit Batman, bin ich sehr gespannt, produziert bei Blurry und Baby Blue, kennen wir, Combo megageil, müssen wir nicht drüber reden. Ad Hey, mal mal gucken. Ne, wird noch nicht angespoilert, weil ich glaube, das gehört schon zu dem Album, was irgendwann kommt, oder EP oder whatever. Ob natürlich Album, weil, ich sag's immer noch, Ad Hey wird dieses Jahr aufblown, 100 pro. Also wer jetzt noch auf diesem Name Ad Hey Papi schläft, der muss das Album abwarten. Sag ich ganz ehrlich, da bin ich nämlich sehr gespannt, wann das kommt, was kommt, aber der Mann, der hat's einfach drauf. Deswegen, gucken wir mal, was er hier wieder gezaubert hat, Batman, let's go. Weißt du, die ganze Zeit klicke ich hier drauf, wenn ich's nicht klicken will, dann macht er Play und jetzt nicht. Aber ich find das jedes Mal wieder geil zu sehen, wie Ad Hey so auf diese Beats einfach drauf springt, ne. Und auch diese Melodien, die so eine geile Kombi auch sind. So ein bisschen dieses, ja, orientalische, sag ich jetzt mal. Jetzt so irgendwo behaupten, so ein bisschen, ne, so von den Klängen so ein bisschen her. Aber auch dieser Dancebeat da immer drauf. Und dann hast du seine Stimme da drauf, wie er dann anfängt zu performen, wo du denkst, huuuh, das wird ein geiles Ding. Boah, auch geil, dass er diese Posen da reinbaut. Geil. Wer liebt nicht Ad Hey? I don't know. Bro, hat er das am Anfang auch schon gemacht? Das Film jetzt ist so, er ist mega geil. Bro, auch immer dieses Wechseln, als wäre das so voll normal, ne. Er wechselt von Deutsch, whatever, zu whatever, zu whatever, zu whatever, und, 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 und. Und du denkst dir einfach so, irgendwann checkst du's gar nicht mehr gefühlt, weil du, also so ist es bei mir auf jeden Fall, weil du den Sound einfach so extrem feierst. Aber es ist halt auch geil, so zu sehen, wie er damit einfach rumjongliert, als wäre es, als wäre es nix. So, ah, ganz egal, komm, hier, zack und zack und zack. Ich verbinde alle Sprachen, so wie es sein soll. Oh, ich liebe Ad Hey dafür, wie der am Rumspielen ist, ne. So, ich muss das nochmal hören, das war mega geil. Einfach dieses, das ist so, gefühlt so dieses Rumspielen, wo man so ein bisschen merkt, dass ein Künstler Bock hat, Musik zu machen. Denke ich mir immer. So, wenn ich das höre, denke ich mir so, oder stelle ich mir so ein bisschen vor, wie der Künstler da so steht, vor dem Mikro und dann das im Kopf hat und so ein kleines Lächeln im Gesicht hat. Oder im Kopf, wie auch immer. Aber, oh, mega geil. Auch geil, das ist so dieses, so ein bisschen dieses, ich weiß immer noch nicht, wie ich diesen Effekt nennen soll. So, in letzter Zeit hören wir den ja verdammt oft, ne, dass das so ein bisschen, ja, unterdrückt mäßig ist. Ähm, aber ich find's halt geil, dass es so gemacht ist. Es ist auch nicht so dieses, okay, dass es direkt ein Cut ist zu dem Part. So, wie es ja oft ist, ne, dass du ein Part hast und dann fängt diese Hook von neu, ne, so wie man die kennt, von neu wieder an. Und das passt meistens oder oft gar nicht so in diesen, in diesen Vibe rein. Hier aber schon, hier ist das trotzdem noch flüssig, obwohl diese, ja, unterdrückte Stimme irgendwie kommt, sag ich mal. Aber das ist mega geil. So, dann hörst du noch Ette wieder da dieses, ah, 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 so ein bisschen, ne, dieses Vibe nochmal ein bisschen verstärkt. Und dann geht's wieder rein in seine Normale Stimme. Mega geil. Er hätte ja ein Bewege gemacht, aber ich liebe es einfach, küsst er doch dann weiter sehen, wie sie anfangen, ein bisschen, ein bisschen rumzuweiben, ne, Hammer. Der Mann weiß nicht mehr, was er alles noch machen soll, damit es zu Ende geht. Aber mega geil. Also Real Talk, mega, mega geiler Beat, mega geile Melodie, darüber müssen wir nicht reden. Also, wow. Aber ist auch wieder so gefühlt perfekt zugeschnitten für einen Ette, ne. So, der Mann, der denkt sich auch so, hey, das Ding, gib her, gehört mir. Setz dich mal einen Stempel drauf, drunter, wie auch immer. So, ist meins. Und dann fängt er an und du, 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 als Hörer denkst du dir, ja, okay, gut, das ist so. Ette, Papi, Beat, Melodie. Muss, muss passen. Aber der Mann, der rasiert da auch wieder drauf, ne, wow. Wirklich sehr geiler Song, sehr geiles Teil. Geiles Video auch, ne. Ich finde auch immer geil so, dass er so, ich weiß nicht, was für eine Stadt das ist. Aber auch geil so immer so, ne, so dieses, er holt so aus diesen, ja, für uns ist das gefühlt, was so, so abgewrackt, sag ich mal, ne, aus diesen, aus diesen ärmeren Viertel. Ich meine, das ist ja, das sind ja auch ärmere Viertel wahrscheinlich. So halt, weil es halt auch anders gebaut ist und, und, und alles, ne. Aber er holt da irgendwie so diese Schönheit trotzdem immer wieder raus, finde ich. So aus dieser, da zeigt auch so, ne, auch wenn es jetzt nicht aussieht wie, wie eine fette Villa und whatever, holt er trotzdem immer so einen richtig geilen Vibe da raus. Und das ist immer sehr geil gemacht. Natürlich auch von, ähm, von dem Editor und der die Videos macht, sag ich mal so, ne, das hinzubekommen. Aber Attay zeigt auch so, ja, okay, du musst nicht immer nur zeigen, so hier fettes Geld, da fette Villa, hier dicke Karre und so, sondern du kannst auch aus diesen normalen Dingen oder aus diesen ärmeren Dingen richtig geile Sachen herausziehen und geile Vibes kreieren. Deswegen, mega geil, geiles Video dazu, mega geiler Song, Hammer. Sehr geil, bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns da wieder. Sonst wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.